Ich lerne Deutsch. Nummer 11591 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Das Buch ist so lustig, dass ich Tränen gelacht habe. Hier sind Sie richtig. Kann ich Ihnen irgendwie behilflich sein? Was möchten Sie wissen? Hier sind Sie richtig. Kann ich Ihnen irgendwie behilflich sein? Was möchten Sie wissen? Ein Teddybär ist der Inbegriff von Wärme und Geborgenheit. Ein Teddybär ist der Inbegriff von Wärme und Geborgenheit. Das Leben ist ein Geben und Nehmen. Ich gebe gerne und nehme gerne. Das Leben ist ein Geben und Nehmen. Ich gebe gerne und nehme gerne. Ein verantwortungsvoller Umgang mit Ressourcen schützt die Umwelt. Ein verantwortungsvoller Umgang mit Ressourcen schützt die Umwelt. Das ist jetzt wichtig. Lass uns über das Thema diskutieren und eine Entscheidung finden. Das ist jetzt wichtig. Lass uns über das Thema diskutieren und eine Entscheidung finden. Ich habe erst sehr spät mit dem Radfahren angefangen, aber jetzt gefällt es mir immer besser. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Ich bitte nicht, diese Paula zu verabschieden. Da ist die Frau. Die Frau ist gut. Ich glaube nicht, diese Handwerke zu verabschieden. Ich bekommoo die Frau. Vielleicht habe ich lieber eine Stelle in dem Radfahren. Ich bin nur hier. Ich habe nichts решert. Vielen Dank.